Mein Name ist Frederik Rappenmecker. Ich bin DJ Producer, also known as Freddy. Für mich ist es halt mega wichtig, ein Projekt zu haben, woran man immer arbeiten kann. Ich habe schon recht früh mit Mucca angefangen. Erst Schlagzeug gespielt, ein bisschen Gitarre, dann Klavier. Ich habe früher auch angefangen aufzulegen mit einem guten Kumpel von mir. Das war so die Zeit, wo es los ging mit Mucca. Aber irgendwann dachte ich mir, ich mache es einfach selbst. Ich mache es irgendwie jeden Tag, aber das geilste ist, vor anderen Leuten zu zocken. Amsterdam war für mich schon immer das Zentrum für elektronische Musik. War klar für mich, hierher zu ziehen, wenn ich dabei sein will. Als ich hier vor vier Jahren hergezogen bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was mich hier erwartet und was hier abgeht. Die Clubszene hier ist ultra inspirierend. Jeder Club hier hat einen eigenen Vibe, der Sound, die Leute, die Atmosphäre. Es beeinflusst mich sehr in dem, was ich mache und definiert die Musik, die ich produziere. Hier auszugehen bedeutet für mich, eine gute Zeit zu haben, meine Freunde, sich zu connecten und inspiriert zu werden. Ich lerne jeden Tag etwas Neues und fange an, den Song zu finden, der mich als Artist definiert und hoffe, in der Zukunft fühlen sich die Leute, mit denen, was ich mache, genauso verbunden, wie ich es tue. Ich bin Freddy und das ist meine Musik. Augenstück. Danke, Gott.